Sehr geehrte Partnerinnen und Partner in Nizhny Novgorod, liebe Freundinnen und Freunde in Russland. Mein Name ist Thomas Kufen. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Essen und sehr stolz, dass wir im nächsten Jahr eine 30-jährige, sehr lebendige Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Nizhny Novgorod pflegen. Sehr kurze Zeit nach dem Ende des sogenannten Eisernen Vorgangs in Europa haben Menschen in Nizhny Novgorod und Essen einen kleinen Samen im Sinne der Friedensbewegung gesät. Daraus ist eine stadtliche Pflanze der Freundschaft gewachsen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn dieser Tage im Mai 2020 feiern wir den 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. 75 Jahre sind eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass unsere älteren Bürgerinnen und Bürger in beiden Ländern sich noch an diese schreckliche Zeit des Krieges erinnern werden. Deshalb ist unsere Freundschaft auch so besonders wichtig. Aus Krieg wurde Frieden, aus Argwohn wurde Verständnis in der Zeit eines einzigen Menschenlebens. Die Partnerschaft zwischen uns ist lebendig und profitiert auf vielen Ebenen vom gegenseitigen Austausch. Unsere Gesellschaft für deutsch-russische Begegnung ist ein engagierter und wichtiger Partner unserer Stadt und der Zusammenarbeit mit Nizhny Novgorod geworden. Junge Menschen beider Länder beteiligen sich an Austauschprogrammen, lernen die jeweils andere Sprache und Kultur kennen und unterstützen einander, zum Beispiel in den Bereichen Medizin oder Journalismus. Dafür braucht es Vertrauen und dieses Vertrauen haben wir ineinander. Den 75. Jahrestag der Befreiung müssten wir in diesem Jahr gemeinsam gebührend feiern und so unsere Freundschaft noch weiter festigen. Leider erleben wir gerade auf der ganzen Welt eine Krise. Mit der sogenannten Corona-Pandemie wird deutlich, wie wichtig internationale Solidarität und ein gemeinsames Handeln sind. Wir können physisch in diesem Mai leider nicht nah sein, doch gedanklich und moralisch stehen wir uns sehr nah. Wir können die ganzen Früchte unserer gemeinsamen, langjährigen Freundschaft ernten und das als Geschenk wahrnehmen. Gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen und in die Zukunft blicken. Und darauf freue ich mich, auf unsere gemeinsamen Beziehungen, dass sie noch enger werden, wenn wir die Krise überwunden haben. Und ich freue mich auf die anstehenden gemeinsamen Feierlichkeiten dann in den nächsten Jahren.